Machen Sie sich bereit für einen großen Boxabend. Boxen der Extraklasse mit den Weltmeistern und Titelträgern aus dem Boxstall von SES Boxing. Live Boxen, nächsten Mittwoch ab 20.15 Uhr. Der WBO- und WIBF-Weltmeisterschaftskampf von Susi Kentikian gegen Melissa McMorrow. Und der Kampf von Francesco Pianeta gegen François Botha auf das Vierte.